so wir sind wieder zu hause und hier sind die müffelstücke und da ist sara nein wir zeigen uns nicht gesehen ganz ganz total unausgeschlafen aus und das passt und da sind wir wieder habt ihr uns vermisst jetzt müsst ihr ganz doll sagen ja wir haben euch ganz doll vermisst und so und warum nur wir haben essen ich glaube was für essen jetzt können wir unsere müffelstücke anlocken dich nicht du hattest gerade erst wenn jetzt noch das ist da hat es gerade erst dort bekommen weißt du praline ernsthaft wie kann man nur so gefräßig sein das ist ja unglaublich willst du auch was haben dahinten fressen sie auch schon also als wären seine woche hätten sie nicht zu essen gehabt weiß und jetzt sind sehr ganz toll niedlich und so was natürlich totaler quatsch ist weil eine bekannte war von uns die ganze zeit da und hat euch gefüttert ihr müsst ihr voll zutraulich sein jetzt oder hungrig zu meinen poppy ist hungrig ja wenn poppy sogar schon ankommt weiße wenn poppy aus der hand brust dann dann ist sie gut komm hier ey semmel oh mann sei nicht so ein semmel ey willst du das dann haben ja nein vielleicht ich weiß nicht so will hier einer was haben wer ist denn noch da haben wir überhaupt noch pappnasen so habt ihr alle gesehen wir waren bei dem kv tv in österreich zumindest im letzten video habt ihr das küken gesehen das war voll putzig und wir haben auch geritten das war toll wir haben danach tat uns zwei tage alles weh ja aber es war toll ich habe wieder geritten was viele nicht wissen ich bin damals im reitverein gewesen anderthalb jahre lang aber schon lange lange her was ist los praline ist nicht so wenn auch mal andere niedlich sein hier sehen die zwei mal gucken wer zuerst rauskommt marshmallow oder semmel und ja wir waren dann auf der annie night in wien drei tage es war total cool und nein es kommt kein blog weil wir nichts gefilmt haben aber es war cool ja und ihr könnt alle videos gucken weil am sonntag also gestern kamen ganz viele sachen raus einmal auf die meri's und auf chan und auf lucy das könnt ihr alles nachholen links sind unten in der video beschreibung und jetzt dauert es erstmal bis wir wieder auf konventions gehen ich glaube zwei wochen oder so jetzt musst du was sagen ja ich habe zwei wochen wir blenden das einfach mal ein es werden auch noch mehr aber ich weiß halt nicht genau welche und in dem sinne das passt schon war schon mal her guck mal sogar semmel kommt angestratzt du partner so da magst du einfach nur keine paprika was war das denn in drei wochen ist die nächste in drei wochen wir werden in dresden genau wofür war ich für rune hingehen aber wir sind halt auch da und dann könnt ihr gerne vorbeischauen dresden aber auch schon ewig nicht mehr wahnsinn und ja jetzt sind wir wieder bei unseren mittelstücken haben wir eine woche nicht bei unserem stück was war das mache ich mir die kaputte der hammer hier wie die fuhr klaut erst mal den anderen das essen hallo ja und ich rede du bist auch furchtbar niedlich ich weiß du bist furchtbar furchtbar niedlich aber hier willst du das haben da ich bin ja nicht du musst es nicht von anderen klauen hier so das wunderschöne sammel das nehmen wir auch einwand frei perfekt domundo und ja dann habt ihr jetzt noch ganz viel zu gucken ja ist ein ja das natürlich alles schon geguckt und wir freuen uns wieder dass wir zu hause sind ja kommen wir wieder mehr müffelstücke videos und andere videos ich schneide auch schon an dem nächsten aber heute machen wir erst mal einen faulen tag quatsch heute ist dienstag heute ist ja gar nicht montag wir kommen total durcheinander aber einen ganzen tag nach hause gefahren sind aber jetzt denke ich den ganzen tag ist es montag dabei ist dienstag und das natürlich auch ein tolles thumbnail naja wenn es euch gefallen hat daumen drauf vergesst nicht zu abonnieren und die ganzen anderen videos zu gucken und ich würde sagen wir freuen uns dass wir wieder zu hause sind und man hört und stört sich und ich habe gedacht das kommt jetzt nicht weil du noch so voll müde bist und so komm hier rein wenn dir da darf sich rein gerutscht nicht ins gehege rein jemmle hat gezogen bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann